Das ist die Map, mit einem schönen Head-Mitches, Digger. Die meisten pushen immer vor bis in der Mitte und dann... Alle beide hinten. Das ist die Bezug auf meiner Seite. Er ist bestand. Ja, ich hab... Ich kann ihn heute mitmachen! Ich kann ihn gleich mitmachen! Ich kann ihn jetzt mitmachen! Ich kann ihn nicht! oh god oh god einer poschiert irgendwo links aus dem Mondschirm, Alter Oh, links außen Oh, einer auf dem Hintergrund What? Nein, bei Shotguns drehen sie wieder durch Da können sie wieder spielen auf einmal einer push links und einer Mitte Let's go That is the way, on to the next round Ich hab so erstmal einen Skaff, Digga erstmal einen Skaff zum Oh man Einer kommt links aus One shot Ja Sorry, bis zur Mitte vor Mitte One shot Ja auch Hast du die Mitte? Einer rechts, aber rechts außen Ja Ja, immer noch rechts außen Lol Einmal komplett durch den Schlitz teil Also will keiner sterben, Lobby Ne Stun Rechts außen Ich glaub beide Ich stunde mal hin Ich bin Stunt Ich bin Stunt Einer ist übel wiegt Beide hinten im Squad Hab einen noch Deiner ist hinter so einer Wall, Digga Oh er hat mich Digga Weil ich auf dieses Burst nicht klar komme Oh er hat mich Digga, weil ich auf dieses Burst nicht klar komme Nice So return home bloody and empty handed Das ist komische Scope dazu, Alter und dann ne Abliss Das ist irgendwie random, ne Ja Aber die Burst an sich cool, aber auf jeden Fall entweder ohne Scope oder mit einem Der There